hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch eine batterie der firma funke vorstellen das war die blau blink brokat batterie kategorie f2 eingeordnet als effekt wird eingegeben brokatkronen mit blauen blinksternen mit feuertopf und brokatschweif aufstieg wir haben hier 400 gramm nm gesamtmenge 30 mm kaliber 16 schuss bei 14 sekunden brenndauer schuss bei 14 schuss Untertitelung des ZDF, 2020